Musik 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 Bereits am Montag, dem Tag vor der großen Eröffnungsfeier, reisten die Reit-TV-Reiter mit ihren Pferden an und stallten im Stallzelt ein. Zwei weitere Proben, eine im Flutlicht am Abend und eine am Dienstagmittag, standen für den Großteil der Reiter noch an, bis es am Dienstagabend dann ernst wurde. Bei der Eröffnungsfeier werden hier ja viele andere Darstellungen sein, die parallel zu dem laufen. Das ist natürlich schon ein erheblich höherer Stressfaktor. Wenn nachher hier so viele Leute sitzen und man da rein reitet, dann wird jeder Reiter total aufgeregt sein. Die Atmosphäre, die kann man einfach nicht üben. Zu guter Letzt möchten wir uns gerne bei unseren Sponsoren und Unterstützern bedanken. Danke an die Firma Uwex für die tollen Helme und die schicken Handschuhe von Schwenkel. Danke an Eurostar für die historisch passenden Hosen. Danke an Stimmen für die einheitlichen Trensen. Und danke an Equiva für die Satteldecken und Gamaschen. Und vor allem danke an das gesamte Team und alle, die uns unterstützt haben.